Willkommen an der Wilhelm von Humboldt Online Schule. Schön, dass du zu unserem Tag der offenen Tür gekommen bist. Wie du siehst, möchten wir dir unsere Schule in Form eines Themenparks vorstellen. Dazu haben wir den Park in verschiedene Bereiche gegliedert. Hier im Eingangsbereich siehst du schon einmal eine kleine Vorschau der anderen Gebiete, die sich hinter den Türen verbergen. Du kannst unsere Mitarbeiter hier ansprechen. Dann werden sie dir etwas zu uns und zu den Fächern erzählen. Wenn du durch die Türen gehst, dann wirst du dort viele Spiele, Übungen und interaktive Museen zu den einzelnen Fächern sehen und mitmachen können. Für die Grundschule gibt es dann einen eigenen Bereich. Du kannst auch jederzeit wiederkommen. Wir werden ständig an dem Themenpark arbeiten und immer wieder neue Bereiche eröffnen. Viel Spaß und Erfolg!